Ich nehme auf mit Video. Ich meine, ich sehe zwar nichts, aber ich nehme auf. Du musst doch mal nicht richtig on machen, wenn du nimmst. Entschuldigung, ich denke. Und was das halt gegen mich war. Ach, hallo. Da ist Lukas, da ist Kevin. Ja, wo ist denn die Ängste? Da ist Chris, da ist Max. Warte, da müssen wir doch richtig schön zeigen. Da ist Dex. Die Ängste. Ja, Ängste. Da ist Caro. Ja. Warum zeigt sie jetzt auf mich? Wie seh ich? Sollte Sonntag oder was? Ja. Da lacht das Kämme hier aus. Das ist großartig. Na ja, hier sind wir doch nicht den Strom verbrochen. Bisschen über den Papier der gezeigt. Boah, Alter, wisst ihr? Der hat mit dem neuen Kind da vorne. Ach, wie geht's denn? Jemand anders? Ja, das ist aber auch klar. Gehst du aber auch klar? Tja, eigentlich logisch. High Ocean, Max. High Ocean. Boah, aus, wenn wir mal wieder die Kamera hier, äh... Wendung. Wie bist du eigentlich bei... Boah, aus, turn around, mach an Dennis hier. Das ist so witzig. Boah, ist denn Dennis jetzt nicht zuhören? Er ist hier jetzt hier. Ich bin ja eigentlich... Ich mach immer nur noch ein FZ-Tor. Ach, nur mit FZ-Tor? Ich muss hier schreiben, hier ist sie a farmer. Nein, ich nehme auf. Wie? Nein, ich nehme auf. Ich suche. Hör auf jetzt, hier fahren sie. Es geht hier gleich los. Nur ganz kurz zu eins und fahren und sagt, ich muss schon bewegen. Jetzt... Oh, jetzt sind die wasch. Hm. Richtig schön mit Bocki. Du bist hier schon mit Bocki. Du bist hier schon mit Bocki. Du bist hier schon mit Bocki. Mit Teel gefüllt. Ich fang weiter. Ich bin mal. Ich bin mal. Das war auch noch nicht. Das kam dran. Ich bin mal. 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 Ich muss das mal so machen. Wenn du sagst, dass du sie mag. Scheiße. Da wendet ihr Telef gleich den Blick ab. Ich muss das auch so machen. Warte, weil ich über mich gemacht habe. Das war ein anderes Telefon. Das ist ein kurzer. Danke schön. Was? Bist du auch richtig rass? Ja, richtig. Rassig, ja? Oh, Kevin, Alter. Du bist richtig nass wie ein Hund. Hört man auf den Ton denn was? Ja. Warum bist du nicht? Weiß ich nicht. Garnat gewonnen. Garnat gewonnen? 2-1. Also sind wir jetzt weiter. Wen schreibst du denn jetzt? Äh, Caro. Hä? Wen schreibst du denn jetzt? Ich nehme Mama und ich. So. Meine Mama schreibt mir nie. Ja, was ist denn da für eine solche Apparatur? Was für eine Apparatur? Patti? Was ist denn das für ein Foto? Na, Marc? Das erinnert mich an unsere. Das Spielplatz. Wo? Das Spielplatz. Das ist so witzig. Na ja, Armst. 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 Ja, das ist eine große Farbe. Dankeschön. Ich hab nicht abgeladen. Ich hab nicht abgeladen. Ne, das ist nur wegen dem Ding so. Das ist voll wegen dem Ding so. Genau so groß wie ich. Genau so groß wie ich. Ich bin wieder über 100 und allein die Straße. Und gleich Lisa Bels. Ich bin mit dem Tank gerade lang. Das ist ja so weit weg. Der Laufsweil da vorne ist. Das ist riskant. Ich bin mit 80 in die Puzone gerattert. Dennis, ich will mal sagen. Wissen wir, die letzten sind Linie gefahren. Ja, mit 70. Ja, die hat sie erzählt. Na ja klar. Wissen wir, ich bin auch mit Corona. Mit dem Schulrückspiegel herkommt. Ich hab gedacht, wir geht's bremsen und dann bei Rupert rufen. Vom 1. Vom 1. Der Mikrolin ist. Ja. Wer fährt denn? Vom 1, Pfander. Wo haben Sie denn? Was? Wie? Ich war nicht vorher. Aber ich konnte heute nicht gucken. Ich hab wohl noch nicht Tele-Text oder irgendwer geguckt. Keine Ahnung was nicht. Waren Sie gar um Film zu? Hatten Sie mich? Hatten Sie mich? Hatten Sie mich? Ja. Fühlen wir mal Dennis oder so? Oder Max oder Caro? War das denn eine Diomle? Wurde das ein Dokumentarfilm? Ja. Wurde das ein Dokumentarfilm? Ja. Jetzt kommt mal Caro. Sag mal was. Caro sei nicht so schüchtern. Wie mit einem Leben oder sowas. We are family, ne? Die Arme, die Arme, die Arme! Ja. 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 Was ist denn das? Hier ist es so. Das ist versteck. Wie so ein Bobby aus dem Babyschwenz. Babyschwenz. Nein. Ich meinte diese anonyme Nachricht. Ich hab auch eine gekriegt. Wir sind hier mit weiß bestehlich. Das ist doch Schwachen, Cindy. Das ist doch Schwachsinn. Wer will es denn alle verarschen sonst nix? Das ist alle. Jaja, haupte aber Gast drin, oder? Wenn die Polizei geht, dann bringe ich dich persönlich, bumm! Nehmt sie wieder gleich raus. Muss doch was raus. Wie gesagt Funk ist falsch. Und wisst ihr was euch wird es genauso ergeben? Wenn ich das Psycho-Kotter schon mehr will, mache ich ihn alle. Aber ich gehe auf keinen Fall in den Knall. Dennis, möchtest du... Kennst du Tauschuhl oder sowas? Schau welche? Nein. Na weil Dennis macht immer den hier. Weil er gar nichts sieht. Den hier? Na ja. Haben wir das Coal ab hier oben? Gebt mal eine Runde für das Coal ab. Lauf das dann. Erinnere dich zurück an die Real-Klinik. Man weiß, du willst nicht warten mit Nacht. Das ist so weird. Das ist so weird. Die sich freuen, wenn sie gewonnen hat. Und der Freund da schön. Ja natürlich. Guck mal nicht gleich die Szene mit dem... Oh ist dann jetzt das Bein brechen? Raus! Was denn? Die Kamera? Boah! Ja? Nein, Konzester. Hast du einen Knall? Den Knutzen? Ich hab... Du konntest die Eins. Und... Zwei. Nein! Das ist mein Auflangen. Schreibst du mit ihm? Nein! Nein! Und was? Ja, das könnte sein. Das ist ein Fortsetzung von zwei oder eins. Eine Fortsetzung. Also fängst du schon bald an. Ich hab ja wieder mal... Hast du... Hast du... Hast du... Ja, dann ist es von eins oder zwei die Fortsetzung. Ja, ja. Das haben sie extra gemacht. Aber war nicht so gut. Macht nicht Spaß. Ne? Achtung Greg, fass auf hinter dir! Oh Gott, fass doch aus Greg! stirre! Warum tut er die Mutter? Helf' sie noch! Nimm? Nimm! Hör' daddy! Helf' sie noch! Helf' sie noch! Helf' sie noch! Dass du dich so gut schaust. Hör' express vor allem ... Wie freitest du dich? Komm schon mal an! Oh Gott! Oh Gott, ich hab dich auf! Ich bin nur auf! Ich bin nur auf! Ich bin nur auf! Ich bin nur auf! Ich bin nicht mehr. Ich bin nur auf! Ich hab gewollt gerufen, dein Namen geht auf! Geht los, Frank! Ich hab's nicht auf, Frank! Meine Eltern kommen! Wollen wir dann noch rausgehen? Hallo! Möchtest du auch noch was anderes anziehen? Ich hab noch lange mal ein Schiff gemacht. Möchtest du noch was anderes anziehen? Ich hab noch lange einen Job im Ursprung. Ihr kommt ja auch mal, ihr ne tut schon. Netzband? Netzband? Der kommt noch. Ohne Scheiß! Ja? Komm her! Was hat der für ein Auto hinten an? Machst du das? Er hat gesagt, er überlegt sich das noch. Was hat der für ein Urteil an? Das sehe ich ja jetzt erst. Was hat der für ein Auto jetzt? Na, VW Polo. Na, was will der denn machen? VW Polo! Wieso ist der denn alles kaputt? Ja, das verkauft! Wie? Wie? Und er hat gesagt, das wird nach Afrika verschippt. Das kriegt er doch für die Ecke. Was? Für so eine Möse da. Was will der denn machen? Na, weiß er aber nicht. Das ist ja dumm. Vielleicht kommt er auch nicht. Aber das ist ja auch nett, wenn er kommt. Ja, zukommt. Hol' los! Hol' los! Mit dem Anbis! Ohne Scheiß, ey! Ohne Scheiß, ey! Sein Haus ist so groß wie...